schönen guten tag mein name ist andreas imdahl ich bin hier der rc direktor am klinikum heidenheim wir haben uns sehr gefreut darüber dass wir nun endlich diesen neubau fertig haben das bedeutet für uns einen quantensprung in der behandlung der chirurgie ist das besonders wichtig in den operativen fächern denn der altbau war doch schon etwas in jahre gekommen wir sind sehr froh dass der träger dem bau dieses dieses gebäudes zugestimmt hat und auch unterstützt hat wie auch dem land baden-württemberg wir freuen uns sehr auf die arbeit hier in diesen modernen räumlichkeiten und ich glaube auch sie als patienten werden hier sehr profitieren das ist Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018